Musik Jetzt ist es endlich soweit und es ist der Kalender und ich darf dabei sein. Das freut mich sehr und vor allem mit meinem Liebling, mit meinem Tanz, mit meinem Tango, mit meinem Flamenco. Jetzt kommt noch der Flamenco, eben bei der Tango. Klasse, wir waren ja letztes Jahr in Kuba, haben da unseren Kalender geschossen und da hatten wir auch schon Tanzszenen in der Richtung, aber das war ganz fantastisch, ich bin ganz sicher. Vielen Dank. Das werden wunderschöne Bilder. Musik Also ich finde es total interessant, wie aus einer anderen Welt irgendwie hier so ein bisschen. Musik 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 Musik